Ich finde YouTube sehr gut, weil jeder Mensch kann da sein persönliches Zeug reinstellen. Ich nutze YouTube, weil es mir eben Spaß macht, mir Sachen anzugucken und neue Dinge kennenzulernen und auch einfach, um unterhalten zu werden. Und ich finde es gut, dass man sich eben so die Videos aussuchen kann. Das ist so wie ein selbstgesteuertes Fernsehen. Ich nutze YouTube, weil ich unterhalten werden möchte. Ich bekomme über YouTube sehr viele News über Kanäle. Ich gucke YouTube, weil es mir Spaß macht, mich die Videos dort interessieren. Und ich interessiere mich auch für die anderen YouTuber oder die YouTuber, was sie halt so machen in ihren Videos. Ich schaue YouTube-Videos, da ich mich da von Stress ablenken kann und halt auch Spaß haben kann dabei. Und mich halt über Sachen erkundigen will und halt was das alles noch geben kann bei YouTube. Momentan schaue ich halt sehr viel Minecraft oder halt auch andere Spiele. Ich nutze YouTube hauptsächlich, um Videos zu schauen. Ja, mehr nicht. Also ich nutze YouTube auch, um hauptsächlich Videos zu schauen. Und ich wollte jetzt auch mal anfangen, YouTube-Videos hochzuladen. Wir benutzen YouTube, um uns die Zeit zu vertreiben, oder? Ja. Okay. Wir benutzen YouTube, um Videos aufzunehmen. Ja, und zum Beispiel auch Videos von anderen YouTubern zu sehen, um uns Tutorials anzugucken, wie man etwas besser macht. Oder zu gucken, was der Freund ja auch einen YouTube-Kanal hat, was der zum Beispiel hochgeladen hat. Oder um sich Langeweile abzutreiben. Ja, genau. Ich nutze YouTube, weil es macht Spaß und manchmal lernt man ein bisschen. Und ja, es halt auch Zeit vertreibt. Und ja. Ich gucke YouTube sehr gerne, aber ich schaue nicht so die Innen-Youtuber, weil ich oft den Content nicht so gut finde. Dann schaue ich lieber so eher unbekannte YouTuber und schaue aber dafür Sachen, die ich gut finde. Aber sonst finde ich die Idee von YouTube eigentlich sehr gut. Dass man Videos online stellen kann und dann die Zuschauer darauf reagieren können mit Kommentaren und so. Und ich fühle mich sehr wohl auf YouTube. Ich nutze YouTube meistens für Musik, zum Beispiel Nightcore-Lieder, aber ich höre auch, aber ich gucke auch meistens deutsche YouTuber, so wie LeFloid, weil ich mich etwas mehr über die Welt informieren will. Ich nutze YouTube, weil ich mich unterhalten will, wie vorher auch gesagt. Und um etwas zu lernen, meistens gucke ich Tutorials, um neue Sachen zu lernen oder irgendwie etwas Neues zu wissen. Bis nun zeigen. Vielen Dank.